Attacken, wenn man sich, wenn man sich hier unten ist, dann kann man zu dämlich. Endlich mal wieder Haus. Doktor Haus. Attack! Wäre es okay für dich, wenn ich nächste Attackerunde mal Glas mache? Ja. Okay, check. Klatze. Der Zopf von Nash ist bestimmt auch noch Hedgefurt-Hitbox. Ja, natürlich. Das ist der größte Teil der Hitbox. Im Keller sind sie noch nicht. Die sind direkt, glaube ich, auf dem Billardraum. Der Keller ist klar. Gut gemacht. Biohazard-Container located. Jawohl. Hab ich. Billardraum. Ja. Insertion in 10 Sekunden. Ne. Insertion in 5 Sekunden. Holtz haben wir auch dabei. Da ist er doch. Boah, sag mal, wie oft geht's noch? Geht doch. Scheiße. Soll ich mal einfach mal durch die Fenster von dem Raum schießen? Ja, mach mal. Enemy detected outside. Das ist direkt ein Radier. Ich seh'n. Hab ihn. Sehr schön. Los geht's. EMP incoming. Nothing EMP grenade. Gernade. ist noch einer in dem raum stefan definitiv war das mute den du geholt hast nein das war puls gut habe ich vorher schon geholt gehabt ja ruke liegt direkt vor den beiden fenstern wo ich durchgeschossen habe direkt an dem schild aber wer spottet mich denn hier die ganze zeit im ersten stock ist noch einer fach Ich muss morgen früh um sieben aufstehen. Ich muss morgen um sieben aufstehen. Ich muss mal gucken, ob wenn du reingehst, links an dem Schild, Rook noch liegt. Den müsste ich fast gedaunt haben, aber dann ist wahrscheinlich wieder aufgestehen. Links ist ein Schild. Können sein, dass Rook liegt, ne? Weg da links. Wer ist in drinnen stehen geblieben, wäre die Zeit nicht mehr abgelaufen, oder? Ja, das Problem ist, hast du mal gesehen, wie viele Gegner ich noch hatte? Drei, oder nicht? Einer. Echt? Ich hatte gedacht, da wären noch vier. Ich habe noch drei erledigt. Ach, scheiße. Ich habe echt in meinem Kopf gehabt, da wären noch vier gewesen. Ach, scheiße. Nein. Ich habe echt gedacht, da wären noch mehr als einer. Sonst hätte ich mich hinter dem Schild versteckt, weißt du? Dann hätte ich auf ihn gewartet. Kacke. Das ist ja schon ärgerlich. Egal, das holen wir jetzt wieder rein. Easy go. Wie steht es denn jetzt? Ja, 0-1. Also, noch ist nichts verloren. Nee, es ist schon nicht verloren, aber trotzdem ärgerlich. Ja, ich habe mich auch gefragt, warum nur hier... Servus. Boah, ich habe gerade mit einem sehr einen Kopf in den Händen, Zombies gezaugt, Alter. Puh. Das war anstrengend. Wir haben was irgendeinem Grund 32 Runden geschafft, aber... Oh, wie. Mike, du spielst gleich mit, ne? Naja. Gut. Wieso, hörst du auf? Nein. Oh, okay. Oh, verdammt. Ich komme mal raus. Ich stehe ihn hier draußen vor dem Fenster. Ich habe einen gehittet. Einer ist geingert. Oh, Klatze. Wo ist er? Auf dem beliebten Sniper-Spot? Ich habe ihn. Nice. Mindestens einen. Da ist noch einer. Ja, der ist down, der ist down, der ist down. Glass ist down, Glass ist down. Also, der liegt. Wo? Draußen, direkt vor dem Fenster. Habe ich. Weiß nicht, ich habe ihn. Gut. Ist weg. Ist weg. Das ist weg. Das ist ein ganz einfaches Leben. Da ist Klier. Erstmal. Ich sehe da nichts. Die ist unten. Die ist unten. Die ist unten. Training room. Da habe ich ein Loch in den Boden geschossen. Wo ist die? Unten im Training room. Unten im Training room quasi. Im Gym, okay. Nein, ich spiele das Haus. Kann man immer sagen, was sie vorhat? Oder wo sie hinkommt? Ich weiß es nicht. Ich sehe sie nicht mehr. Also bis jetzt ist Klier. Sie war auf jeden Fall in dem Raum, der jetzt gleich geradeaus ist. Aber die ist schon wieder woanders. Das hat man gehört. Die ist draußen, glaube ich, oder? Ja. Wo ist denn der gestorben? Draußen vor den Fenstern, wo ich durchgeholzt habe, glaube ich. Wo Klier es war. Die ist oben. Oben? Hm. Oh, er ist mit Hygienz of Hygienz. Wir gehen gerade wieder arm labern. Die ist unten, Mando. Er hat Smoke gewonnen. Die kommt jetzt durch die Fensterstabe ist das Gefühl. Sehr schön. Nice. No Problems, mates. Ich hoffe, wir bleiben heute Mittag los. Wie Problem oder Streif oder was? Ja, 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 frag nicht. Ich habe hier, ja, war Besuch von meiner Tochter da. Danach haben Sachen gefehlt, dann mussten wir erstmal das mit dem Mädchen besuchen gehen. Okay, der Biohazard Container. Und? Ja. Hast du was mitgehen lassen? Ja. Holy fuck. Spardose. Oh, das ist, das ist schon echt. Das hatte ich. Die sind auf jeden Fall unten in Garage, sind sie am Reinforcen und so. Ja, kann ich euch erzählen. Wie ist euch das denn aufgefallen? Meiner Frau ist das aufgefallen durch Zufall. Die ist auch gegangen, ohne Tschüss zu sagen und das war sehr, sehr merkwürdig. Und dann hat meine Frau gesagt, ich gehe mal gucken, was da los ist und auf einmal war die Spardose weg. So geht dem nicht. Nee, das geht gar nicht. Wie gesagt, ich habe so eine ähnliche Story von früher, aber... Geh mal direkt unten mal ganz seriös direkt an der Tür Hallo sagen, oder was? Ja, klar. Wir mal anklopfen. Alles klar, meinten? Warte, ich hab... Zack. Warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Damit ist immer so ein Knock Knock, bitch. Da kann ich einfach fallen. Ich würde das gar nicht schießen, was ist denn los? Jedenfalls schon jemanden geinjured. Ich auch, ja. Haben Verletzerns aus dem Tent bekommen. Ich geh mal rein mit der Twitch-Throne. Immer ne gute Entscheide. Ach, scheiße. Oben, 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 oben. Billardzimmer. Hab mich, äh, platt gemacht. Als ich da lag mit meiner, ähm, Zone. Hier. Hab noch grad seinen Platz gemacht gehabt. Matchpoint. Wir haben diese Leute. Okay, warte mal. Aber nach der Runde geh ich einmal schnell pinkeln, ne? Na gut, okay. Ja, pinkeln beide. Aber nur, äh... Gehen wir aber zurück ins Menü, ja? Ja, ja. Weil wir wollen ja eh, äh, Cornelius mit reinnehmen. Ja. Cornelius, erzähl uns doch mal deine Story. Ja, ne, es war halt ähnlich. Und zwar, äh, ich hatte immer meine... Ich weiß noch, da war ich zwei oder drei. Da hatte ich immer so meine Kuschel hier, ne? Und, ähm, ja, wir hatten halt irgendwie eine Nachbarschaft. Die war zwölf und ich war halt jetzt frei und die hat halt noch so ein paar beschissene Sachen gemacht. Äh, auch nur mal halt einfach so, äh, halt richtig in die Eier getreten und sowas. Aus, aus ohne Grund. Einfach so, guck mal, ich zeig dir was lustiges ist. Und bam, ja, mega geil. Ne, und irgendwann hat sie dann halt auch, waren meine, ähm, Kuschelchen reingelt. Und ich war so am Ende. Und, ähm, naja, irgendwann haben dann meine Eltern herausgefunden, dass die bekannt waren, immer so Sachen mitzunehmen und sind dann zu denen nach Hause gegangen. Und, ja, die haben halt säckeweise, keine Ahnung wie viele, 10, 20 Säcke mit Kuschelchen gefunden und halt auch meine. Und, ähm, ja, hat's auch einfach mitgehen lassen. Und, äh, ja, da haben meine Eltern. Oh, ich hab grad ne Cluster-Charge destroyed. Fius wollte hier rein. Hätten Radau gemacht. Und, war danach, äh, da war ich so happy eben. Naja. Die Leute sind echt... Ja, da steht noch einer auf dem Dach. Hast du einen Sniper auf dem Dach? Nein. Ne, da ist kein, da war auch kein Sniper auf dem Dach. Doch, Glass hat mich gebraucht. Bug war da. Ja. Ja, aber Firmheit ist noch draußen auf dem Dach. Gleis geht unten rein, glaub ich. Beim Billiard rum. Ja, Gleis ist jetzt grade, ich hab ihn grad gesehen, bei nem Raum an der Treppe. Da unten. Fuck. Damals hängt an der Wand außen. Einer kommt grad durch den einen, ich sag mal Turm, da die Treppe hoch. Da, wo du grad hoch warst. Oh. Ach ja, klar, logisch. Und drei Typen im Raum. Ja. Ja. Naja. Ähm. Ja. Dann geh ich gleich pingeln. Aber Raum ist doch noch nicht vorbei. Letzte Runde. Ach so. Ja. Ach, das heißt wir können das... Ach. Es ist noch nix... Ah. Das Boot wo? Ach. Ah. 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 Jetzt ja. Eine Insel. Eine Insel mit zwei Bergen. Alter, die Klassengruppe wird grad voll gespannt mit Sprachnachrichten von einem einzigen Typ. Na, ist bei dem Typen. Find the biohazard container location. Gott, der Typ bleibt nicht mehr lange in der Klassengruppe drin. Nee, der... der Gruppenadmin ist ne Trussi. Geh doch mal aus. Oh, ich glaube oben. Jawoll. Ja, oben im gleichen Raum wo wir sind. Oder wo wir waren. Uh, da schmeiß ich mit damit gleich Granaten rein. Wenn die Jäger nicht haben. In die rechte Ecke. Da kämpfen sie meistens. Ein Bandit haben sie. Ja, aber zwei Unbekannte sind noch dabei. Äh, ich kann da mal Probeweise mal Fletcher reinwerfen. Das ist immer ne gute Idee. Soll ich einer noch mal durch das Fenster da oben schießen? Warte, ich mach auf. Warte, warte, warte. Äh, ich häng fest. Jetzt geht's. Ich hing an der Liege fest. Ich hab ne Kamera und ein Signal, das schreibt er. Mal gucken ob ich da mit ne Granate rein kann. Mal gucken, pass auf, da wo, unter dem Fenster wo du bist. Na, die kommt zurück. Na, da ist irgendjemand. Die ging rein. Deployable shield und armor pack destroyed. Ja, wenigstens etwas. Der da und der Rook? Nee. Ich glaube nicht. Jetzt. Was? Kapkan steht in dem Raum wo noch gebaut wird. Und in der Küche ist einer. Der ist jetzt an der Treppe, an der Treppe, an der Treppe. Ja, der hat mich. Ja, alles klar. An der Wendeltreppe da war einer. Glaub ich. In dem Raum da. Ah, toll. Scheiße. Ja, Karas macht's genau. Wer weiß. Da ist doch niemand. Das ist ein Kopfkissen mein Junge. Und sicher aus Afrika weiß ich nie was ein Kopfkissen ist. Da liegt trotzdem jemand. Richtig. Mach die da. Geht auf die andere Seite. We have been eliminated. Ja, okay. Ach, ja. Das hat so schön angefangen. Ja, na gut. Ich hab mich auch ein bisschen blöd angestellt.